Sooo... Ja, komm schon. Wieso? Sooo... Nachladen. Nächste Mal nach. Da kommen schon die nächsten Viecher. Oh, das bewegt mich. Sooo... Gut. Das war's. Nein, das läuft ja immer noch. Sooo... Gut. Das war's jetzt endgültig. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken! Haben Sie Zugriffe auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Käpt'n. Und, wo ist der Käpt'n? Hier ist der... Käpt'n Benjamin Matthias. Aufenthaltsort? Metlab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Käpt'n, dann haben Sie auch seine RIG. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac. Ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Kontenstation und finden Sie seine RIG so schnell Sie kann. Was war das? Halt! Hallo, ist los! Oh, wir sollten uns beilen. Unseren Kollegen geht es nicht mehr ganz so gut. Können wir dann hier noch... Ne, die Kisten, die können wir nicht zerstören. Dann laufen wir mal. Auch hier haben wir noch ein bisschen Plasma... Zeug. Machen wir mal hin. Hier noch ein bisschen Geld. Nehmen wir auch natürlich gleich noch mit. So, dann öffnen wir mal die Tür wieder. Und es ist... Nicht scheiße dunkel da drin. So, wo müssen wir denn lang? Wir müssen dort lang. Da können wir wieder speichern. Dann speichern wir doch mal wieder schnell. Hier einfach wieder überschreiben. Der ist erster. Zack. So. Dann rennen wir doch mal hier langs. Und da haben wir wieder einen Fahrstuhl. Hier haben wir wieder packen. Kann man die zerstören? Oder... Nein. Gut. Dann gehen wir jetzt auf den... Müssen wir zum Fahrstuhl? Ja. Gut. Dann gehen wir zum Fahrstuhl. So. Wupsala. Geh mal hier rein. Drücken. Und dann geht's hoch hinaus. Oder... Es geht runter. So. Hier ist alles... frei. Shop getreten. Wenn ich nicht erinnere. Okay. Okay. Ehe weiter. So. Dann gehen wir doch mal an den Shop hier. Mal gucken was wir da machen können. Shop. Ach, da kann man sich ganz viel Zeug kaufen. Wie viel Geld haben wir denn? 13.000. Dann würde ich sagen, dann kaufen wir uns doch mal... einen Anzug. Anzug. Anzug oder Kanone. Anzug oder Kanone. Na ne, ich will das... Ich nehme das Impulsgewehr. So. Ja. Gut. Haben wir jetzt das Impulsgewehr? Gut. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und dann gucken wir mal... Ist es das jetzt? Waffen wechseln. 1, 2, 3, 4. Gut. Okay. Dankeschön. Ehe weiter wieder. So. Dann nehmen wir mal die Waffe. Die hat noch 50 Schuss drin, ne? Hups. Hups, hups, hups. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Lupp. Dann nehme ich mal... doch wieder die andere. Und dann behalten wir die für die Notfälle. Und dann geht's los. Nun sind wir... Kapitel 1... haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen. Fortschritt speichern. Natürlich speichern wir den Fortschritt. So. Kapitel 2. Intensiv... Intensivstation stand da, glaub ich. Gut. Krankenhäuser sind nie gut. Pfff. 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 Alles in Ordnung, McCoy. Pfff. Er ist hier. Pfff. Du brauchst keine Angst zu haben. Pfff. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du's gesagt hast. Pfff. Ich... Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Pfff. Kann ich jetzt... gehen? Pfff. McCoy will mich... zum Schatten... brechen Sie die Kineser ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Na ja, danke jedenfalls für's... was? Äh, setzen Sie die Kineser ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen? Ach ja, natürlich. So, Objekte ergreifen, F und bla 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 bla. Na gut, das ist... nicht schön, was da unten aus deinem Bauch rauskommt. Aber okay, probieren wir doch mal jetzt hier mit dem Greifen. Okay, das ist... nehmen wir das doch mal und packen das einfach mal hier hin. Und dann stecken wir hier fest. Pfff. Gut, so. Ja, 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 ja. Schema-ta... heben Sie Schema-ta auf um den Shop auf um den Shop... erbärkt uns zu 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 fliegen... Sieme-ta.. schema-ta... äah... Der Shop, der Shop, der Shop, der Shop, der Shop, der Shop. Da. Gut, betritt mal den Shop. Und heruntergelahmene Schema, Flammenwerfer. Ui, ui, ui. Flammenwerfer, wo ist er denn? Würde ich ja gerne kaufen. Ja, der kostet 11.000. Ich würde sagen, als nächstes würde ich mir dann lieber den Anzug kaufen. Dass wir dann auch wieder ein bisschen mehr Verteidigung haben. Unser Leben ist auch nicht wirklich das Beste. So, wo ist denn das Inventar? So, haben wir denn hier Medi-Pack? Dann benutzen wir doch mal eins. So, wie viel Leben haben wir jetzt schon? Ja, das reicht erstmal für den Anfang. Gut, dann laufen wir mal weiter. Gehen hier durch die Tür durch. Zu. Ja, geh wieder zu, geh wieder. Oh. Sind wir noch da? Ja, natürlich. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und an. Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der RIG des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Termit in der Medikamentenausgabe. Und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesen Rauschen ist die Kommunikation zeitlos. Was ist das denn hier? Termitbomben benötigt. Okay. Die Hohle-Flügel